So Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal, Leute, an alle Muslime da draußen, die erstmal feiern, Leute, Eid Mubarak, möge Allah euer Fasten annehmen, ich freue mich mega heute auf dieses Video, ihr wisst das, schon seit 3 Jahren mache ich dieses Video und es klappt irgendwie immer wieder, Freunde, weil ich meine, es sind kleine Kinder, sie freuen sich auf Geschenke und heute ist es wieder soweit, wir machen wieder einen Eid Geschenke Prank, Leute, Bayram Geschenke Prank an Jalal, Leute, es wird sehr, sehr krass, ich glaube, es wird sehr, sehr traurig sein, weil ihr wisst auch so, ich ziehe mit ihm TikTok durch, dies, das und er erwartet irgendwo schon was von mir, das wisst ihr, Leute, das kann man ihnen auch nicht übel nehmen, natürlich, das sind kleine Kinder, die wollen sich freuen, man macht immer so kleine Geschenke und wenn ich dann so als großer Bruder, der einfach mit ihm alles durchlebt und so nichts schenkt, so wenigstens was kleines ist schon komisch, aber natürlich, Leute, haben wir auch ein richtiges Geschenk, aber das seht ihr später, was es sein wird, das wird sehr, sehr cool, Leute, deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, es haben richtig viele noch nicht abonniert, Freunde, ihr müsst einfach nur abonnieren, die Glocke aktivieren, Leute, lasst uns die 600.000 irgendwie noch hier voll machen, oder sind wir schon 600.000? Freunde, lasst uns irgendwie auf jeden Fall dieses Jahr noch die Millionen voll machen, was ist denn los von euch, ich will einen goldenen Playbutton, Freunde, abonniert, ist ein Klick für euch, ein Klick, dört ihr mir nicht ein Klick, Leute, bitte alle jetzt drauf drücken auf, abonnieren, Leute, dann kriegt ihr automatisch schon über die nächsten Videos Bescheid, weil jetzt geht es natürlich richtig ab, Ramadan, Leute, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, viel für die Religion gemacht, tatsächlich, und jetzt bin ich wieder am Start und es kommen sehr, sehr crazy Dinge, sei es auch mit Jalad's Crush, alles drum und dran, das Geschenk, was ich ihm schenken werde, das wird auch noch heftig, da werden wir auch noch ein Video machen, deswegen, das war jetzt so ein kleiner Spoiler, aber ich würde sagen, Leute, ich sage euch, ich zeige euch auch noch Jalad's Geschenk, Leute, deswegen, alle abonnieren, Leute, ihr wisst Bescheid, und viel Spaß mit dem Video. Schuhschnecke, so, machen wir mal auf, das ist Jalads Geschenk, denkt der, aber, äh, nee, das ist er tatsächlich nicht, es wird nicht Jalads Geschenk sein, das sind Kartons, die ich einfach, ich zeige es euch einfach. Schuhschnecke, in der Vorbereitung habe ich drei verschiedene Paketgrößen gekauft und die alle ineinander reingesteckt, und ja, das ist das Geschenk heute für Jalad, das heißt, er kriegt nichts. Aber das wahre Geschenk ist eigentlich hier, Leute, in diesem Briefumschlag, aber das trägt er erstmal nicht, erstmal, das ist ein bisschen leidend, oder? So, Freunde, wir sind jetzt gleich da, ich bin richtig gespannt, wie Jalad reagieren wird, weil es ist halt auch leicht, eigentlich müsste man drauf kommen, aber, ja, mal schauen, wie es wird, Leute, ich habe Angst, dass er weint, oder so. Okay, Leute, lass mal rein, ich habe ein gewaltiges Gefühl, dass das in die Hose geht, der Pranket, ich meine, mittlerweile ist Jalad auch so schlau geworden und so, er wird das sehr schicken. Oh, hallo, wie geht's? Guck mal, ich habe Geschenk für dich, aber warte, noch nicht nehmen, noch nicht nehmen, alle zusammen jetzt auf den Tisch, komm. Schuhschnecke. Geschenktisch ist auf jeden Fall voll, Geschenke-Time! Ready? Yes. Was glaubst du? Du kriegst gar nichts. Du kriegst gar nichts. Du kriegst mein Ferrari. Aber heute sieht es gut aus, ey, well. Ja, hier ist es, ne? Die Schnecke, wie sie... Okay, mit wem fangen wir an? Biko als erstes. Such mal dein Geschenk, wo ist das? Und, was hast du, Bisu? Oh, Katze-Mahlbuch. Das auch. Guck mal, du kannst malen, so Katze. Guck mal, du kannst malen, du willst. Und, was hast du, du tallestest? Kapsen, du willst? Was hast du, du willst? Was hast du? Guck mal, du willst, du willst. Hallo Baby. Nein, nein, nein. Ich hoffe, dass ein Schlüssel von Ferrari ist. Ahaha. Lehn, bitte schön. Von uns zusammen. Wait, ich hab' alles zusammen. Oh. Ahaha. Jetzt Fadja. Jalel hat das goldene. Das von Elaine Jalel. Aber nicht auf die Gesichter von deinen Geschwistern ziehen. Sogar mit extra Munition. Aber nicht ins Gesicht schießen, ne? Wow. Jalel, hast du Lust auf mein Geschenk? Ja. Das ist schon groß, ne? Was kommt, was es ist? Rate mal. Playstation 6. Ja, die Playstation 6 gibt es. Dein Geschenk. Bist du ready? Ja. Freust du nicht? Ja. Okay, los. Pack aus. Dein Geschenk. Es ist im Paket drin. Du musst Paket aufmachen. Oh, Paket? Mach auf, mach auf. Extra habe ich bestellt für dich. Bestellt? Ja. Online. Ja, ja, ja. Und Kuski für Jalel. Weiter, weiter, weiter. Aufmachen, aufmachen. Soll ich dir helfen ein bisschen? Ja, ja. Ja. Okay, okay, mach auf, mach auf. So. Abreißen, abreißen. Und... Ja! Nein, nein, da drin! Ach so? Ja, das ist da drin, da drin. Mach, mach, mach. Warte, du musst von hier. Guck, hier ist die Kleber. Machst du ab? So. Einmal in der Mitte. Abreißen, ja. Ja, 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 ja. Weiter, weiter, ja. Da drin, da drin. Hä? Das habe ich doch aus Spaß gemacht. Ja. Da drin ist es jetzt. Mhm. Los! Oh, was ist das, was ist? Das war Prank! Prank, Jalette! Ja! Jalette, das ist zwar ein Prank gewesen. Das war Prank. Das war einfach nur ein Prank. Okay, warte. Da musst du für ihn was kaufen, ne? Jalal. Okay, wir werden jetzt das richtige Küche gerade. Jalal, was ist los? Das ist ein Prank. Jalal, ich fass. Jalal hat gesagt, dass du was machst. Okay, Jalal, weißt du was? Das war ein Spaß. Ich habe natürlich ein Geschenk für dich. Soll ich das kurz holen? Ja. Jalal, bist du ready? Ja, was ist denn jetzt? Okay, guck mal. Schließ deine Augen in drei Sekunden und mach deinen Arm so auf. Mach deinen Arm auf, ja? Drei, zwei, eins und bitteschön. Was ist das? Ja, guck. Mach auf. Nur ein Blatt? Nein, nein, mach auf. Und lies, was da steht. Mach auf. Und? Ja, was meinst du denn mit Disneyland Paris? Wir beide fliegen zum Disneyland nach Paris. Ja. Ja. Wir fliegen. Ja, so ist gut, ne? Disneyland so Super Mario, Mickey Mouse, Harry Potter, alles gibt's da. Freust du dich? Ja. Okay, also bist du nicht mal sauer? Mhm. Okay. So, Leute. Er zeigt jetzt gerade was. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kalt das Video. Verfolgt unsere Insta-Stories, wenn wir im Disneyland sind. Wer ist ein Abo da? Haha, Leute, es wird richtig, richtig nice. Instagram folgen, Freunde, damit ihr alles mitbekommt. Und ich würde sagen, haut rein. Ciao, Mami. Ich liebe euch. Ciao.